neue folge send mit unity co-op bei den gamer panthers diesmal zu dritt der laurin ist noch dabei hallo steht da oben was sie später unten und laurin startet mal eine mission okay richtig geil synchronisieren wie ging das noch mal kannst du doch von da gar nicht los geht's das gehört in einem museum los geht's verreiche käme noch nein ich kann nicht dorthin kämpfen wenn glücklich scheitern wie gerade eben dreimal das ist synchronisiert ja ich finde ja für dich bringt ja super aber kommen wir wieder da aus hoffen ja das stimmt wir müssen nachher wegrennen da bleiben wir stehen aber danach können wir euch wieder ausrüstung kaufen ja da muss je als 25.000 und bitte sterbt nicht damit ich wieder alleine kämpfen muss diese bachs aber wir haben uns gefixen also da vorne guckt und glaube ich diese können ich habe noch eine sequenz warte auf andere spieler okay das steht mir noch nicht wer der schuld ist wenn du bist selber schuld war doch andere spieler wie sollen wir jetzt vorgehen komplett nicht geben ich gehe da rechts da steht so ein grüner ruhig aber anscheinend hat der hiesige ade sie für sich selbst abgezweigt findet die werke und holt sie zurück die assassinen übergeben sie dann dem luch gut klingt einfach klingt einfach ist es aber nicht das ist auch die einzige die wir geschafft haben ja ich verwirre jetzt ganz recht einfach mach du das schneide schalten hier vorne aus und dann keine ahnung gucken ich gehe mit kevin wieder durch den eingang da hinten machen wir das ja eigentlich gehen und lau ihn sei vorsichtig bitte war vorsichtig so hier war der hier war das warte ich das bild doch irgendwie sind die immer an die wand ok warum ist eine abgeschlossene tür ok die sind sagt die sachen anders platziert als wenn wir eben erstmal so cool öffne mal hier die tür ne ja gut die sachen anders platziert die sind jedesmal anders platziert das finde ich cool so ich gehe den weg hier aber es wird oh je die tür ist offen wird nicht einfach oh hab ich schon die fresse bekommen oh ja oh gott ja ich bin schon reingegangen weg was sie nicht kämpfen ja hatte sie ein musste ich jetzt einfach ein fenster raus hier bin ich mal drin auch mal raus auch mal raus nur die belohnung runter alter vater ja sehen wir wieder wie gut wir sind richtig gut ich habe gesagt an die wand ja erstmal rein naja ich bin tot ne oh god komm schon komm schon dein ernst ja ihr lauft zu zweit rum ja ich habe gesagt sei vorsichtig ich war richtig vorsichtig aber der typ ja das war's ja das war's wir müssen eh nochmal neu starten nein das hast du niemals warte einen moment fünf vier oh das hä wo kommst du her durch die tür du warst einfach da der typ war das das alles 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 noch kann zu kämpfen ja ich kann kämpfen oder wenn wir jetzt ja soll es jetzt auch nicht gehen wir da rein oder oben gehen rein gehen rein und rein so hier ist einer bin ich jetzt vor dahinter sind zwei leute lass ihn die umdrehen ähm ähm da auch ihn alles gut alles gut alles gut erst mal an die wand pressen hä ich sollte sowieso zu den Jungs hä drehen er sich nicht um oder so so jetzt ah nein der hat sich wieder umgedreht ja hab ich auch gemerkt warte mal ich hol den jetzt weg hä hä jetzt buggy guck mal ich schieß die ganze Zeit auf dich der stirrt einfach nicht hi und ich habe beim ersten schuss geholt oder was ja ich habe auch getroffen weil es ist durch den durch und typen habe ich auch im flur das neue neue entdeckung lol der warte nein du hättest ihn hinter dem ding weg holen können weil er habe ich schon gesehen ja egal ob der ich gesehen habe wenn du dahinter bist dann sieht er dich nicht mehr doch habe ich hinter gesehen er guckt das video an basti wer hat ich tun ja vielleicht kommt ihr ja soll ich tür öffnen versteckt sich mal einer da bitte rein in diesem ding vielleicht klappt das ja was ich vorhabe ich habe mir sitzen hinter lauren ja warte dann bricht es nochmal ab mit dem moment schloss knacken was machst du das tut das war auf über das gemälde war das herr war das nicht hier das hießen alle waren das alles anders als scheiße hier in dem raum sind vier leute ja warum gehen wir denn überhaupt hier hin jetzt gerade ich brauche hilfe machen wir hier ich brauche dermaßen hilfe wir können hier unter treppe brauchen wir meintischen raum wo spasti hier die treppe hier unten und pass auf da sind drei leute und dann weil ich hier links das gemälde ist und da sind vier leute drin ich geh schon mal runter in die ecke in die kevin kommen mit hohe ich versuche mal was pass mal auf Kevin du bist du wer sehr kaffee komm her gleich jetzt wie geht's man da ja ich bin da so vorsichtig da haben wir sehr kaffee auf so einem flinken abgefeuert ne gut hier unten ist nur erstmal einer den hole ich mal unter der treppe äh äh hast du den ja der vordereingang ist auch zu habe ich so ich hole den nur da hinten warte ich bin hier noch einer pass auf deine nehme ich das ist der einzige mal hier so ist hier ordentlich ein gemälde ja hier war noch eins ne ja hier sind aber auch hier vorne sind mehrere der typen komm mal hier hin da brauchen wir gar nicht rüber Lauren wir brauchen noch die andere Seite nicht hier ist das Bild ne Lauren da müssen wir nicht hin kannst du versuchen nur wieder weg zu kommen komm schon weg nütz hier wir haben wir wagt einer an der Sonne der schiebt sich hier gerade über den Boden WTF was komm her bitte zu mir was macht denn da hinten ah wir lauern wir lauern lauern gammeln da der der drüben checker doch hat ihn dadurch gesehen mhm scheiße das wird jungs und töten es gut da kommt hin da kommt einer noch zu da kommt noch einer pass auf ja ich hab jetzt auch eingetötet ich weiß nicht wo die auf jetzt kommen auf einmal alle ernsthaft das schwert zu stark ne gar kein problem mehr habt ihr den so war es das jetzt oder ja hol das bild hol das bild schnell da sind ziemlich viele ach so das ist draußen okay wir müssen abhauen wir können sich den haupteingang müssen bestigen fenster aus also es ist doch nur das richtige jetzt glaube ich ein bisschen glücken zehn leute oh gott geh raus ja ist fest solchen weg rauchbombe und mit style geht er weg ich bin schon links weg und bei kevin unten ja bei mir hinkst du noch im fernster wie im schienst doch ja kommt laufen wir bitte warte einfach nur warten beruf und vergnügen 25.000 50.000 ich glaube 26.000 bekommen 28340 können wir uns erst ein bisschen die kippen somit die nächsten mission starten auch noch in der folge richtigen minuten ich kann ich kämpfen es ist mir auf die fresse geflogen du hast die mission verlassen gruppe beitreten was auf andere spieler ach so ja lass mal kurz zum ausrüstungshändler gehen ja das ist doch hier vorne oder ja doch hier vorne ist ja noch mal das braucht ja dann nimmst du die treppe ist es dann ja was die treppe nehmen nach der mission ist immer irgendwo an fähigkeiten erstmals auf eine ausstattung so nein ich habe 123.000 ausrüstung einhändig eine phantom klinge und eine berserker klinge wie viel das gibt es einhändig zwischen immerhin ja mittlerweile die überlangen so nehmen wir dann mal die alter bisher der langstreit kolben kann auch einiges wenn wir den holen ich hab jetzt wieder so den kaufen wir mal in dem aussehen gut war ich glaube so ich habe es ein bisschen mehr leben aber ich brauche noch mehr ich bin der echte ich bin der echte echte gangsta ich bin der echte ja die motto sieht gerne mal so scheiße aus ich kann mir noch einen Hutdrawer kaufen aber nicht mehr viel weiße waffen ausgegeben nachgucken wir gleich aussieht sieht ja und hier sieht ja auch hier kann man tun es nah an acs nutzen die doch ganz schick aus oder aber ich lasse natürlich immer so bitt bist du Achta! Hier Lorin, willst du mal aufs Maul, eh Basti, mit meinem geilen Gewehr? Ich glaube ich hole mir gleich auch mal ein Gewehr. Aber ich würde sagen, die Folge beenden wir damit erstmal. Denn danken wir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Coop mit den beiden Hideköppen hier. Ja, mit den Noobs. Auf rein, ciao! Bis!